Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Division. Ja, meine lieben Freunde, wir sind zurück und wieder mit am Start ist der Crazy Freak. Ja, ich bin hier am Hampeln. Und heute auch mit dabei der Rivano. Ja, Hallöchen. Es fängt ja nicht sportlich an hier. Es fängt über mehr hier. Wir haben jetzt schon mal alle so miteinander eingeloggt, wir haben jetzt einfach mal hier den Hampelmann gemacht und jetzt. Wir haben die alle mitgemacht. So geil, so geil. Der eine Klatschstelle, der fertig ist. Das wird der Hampelmann-Part, meine lieben Freunde. Es funktioniert immer wieder, ey. Es ist faszinierend. Wir haben damals bei TESO einfach einen Tanzen gelegt, dann sind alle noch nebengestellt, damit getanzt und heute. Na, jetzt hauen wir aber langsam alle ab, oder? Na klar, da kommen wir wieder zu. Pass auf. Das ist jetzt langweilig. Ach ja, so lässt sich die Vision starten. Oh, ist das geil. Ja, ich bin jetzt ab. Was haben wir denn hier noch von Problemen? Und da seht ihr schon Onkel und Crazy. Ich sehe nichts mehr, das bin ich ohne Ton der Lauf. Und letztens hat es noch geklappt, meine Freunde hier. Und zwar an den Computer musste ich mich kurz irgendwie und jetzt habe ich dann die Mission bekommen. 70 Meter Brocken wiederherstellen, Nahrungsmittelvorräte wiederbeschaffen. So, ihr Hampelmänner, können wir jetzt, oder was? Du musst jetzt mal den Typ noch annehmen, die Mission, denke ich mal, ne? Kann ich mit ihm reden? Kann ich mich auch hinter ihm stellen? Wo hast du denn nun Ausrufezeichen? Ne, also ich habe jetzt 70 Meter Brocken. Er hat ja schon Brocken, also hat er ja schon angenommen, die Mission. Okay, dann würde ich sagen, füllst du hier nochmal deine Tasche auf, ne? Hast du schon gemacht, oder? Welche Tasche aufhören? Eine andere Kiste. Ja. Hier, wo ich die bin. Achso, du meinst Munition holen, ja? Ja, Moni. Ich habe hier unten, ich habe noch eine Fertigkeit nicht zugewiesen. Ja, das machen wir auch gleich. Aber ich würde erst mal gerne aus dem Haus rausgeben. Achso, habt ihr noch nicht? Ich habe noch gar keine Fertigkeit gerade gemacht. Hast du aufgefüllt? Gut, dann lass uns mal rausgehen, wir machen das draußen. Hier drunter ist mir zu viel gewibelt und gewabelt. Die drei Granaten habe ich, bei mir die Katzen und jede Menge Schuss. So, wir sind raus aus dem Ganzen. So, dann würde ich sagen, wir tun uns mal die eine Fertigkeit noch. Ja, irgendeinen Funkspruch. So, erfahren wir ein bisschen mehr über das, was ihr erwartet. So. Okay, hier stehen jetzt Fertigkeiten zur Verfügung. Ja, das kennen wir ja noch von der Beta. Okay, also ich würde sagen, wer macht denn den Scanner? Boah, alle so begeistert. Was ist Scanner? Was ist Scanner? Der kurz auf den Scan drückt und dann würde hier... Sagt mir einfach Sicherheit. Technologie oder Medizin? Steht doch da, Scanner, Medizin. Also ich nehme... Ich hatte doch letztes Mal... Also das Schild, das könnt ihr gerne nehmen. Ich würde an deiner Stelle das Schild nicht nehmen, weil dann rennst du uns bloß wieder vor der Visage rum. Ich hasse... Nee, ich bleibe jetzt hinter mir. Warte mal. Ja, ich nehme das Schild. Ich bin auf jeden Fall der Sicherheitsbeauftragte hier. Ey, wir sagen es extra noch. Nimm es nicht, er macht es trotzdem. Ja, sicher. Weil ich das schon kannte. Okay, das ist ja das Problem. Was nimmst du, Crazy? Na, ich nehme wieder hier die... Granate. Die Haftgranate. Ich glaube, ich nehme auch die Haftgranate, weil ich... Der Scanner... Okay, nee, obwohl der Scanner ist eigentlich interessant. Ich nehme den Scanner. Der zeigt nicht vor Fink, aber was? Achso, R1. Ja. Und Filterstufe 1 haben wir. Wir sind also noch ziemlich schlecht, wenn es in das Versaute hässliche... Wir sind noch ziemlich schlechter. Wir spielen das Spiel jetzt seit vielen Jahren. Alter Schwede. Ey, wir haben noch gar nichts, ja. Aber das ist... Doch, wir haben ein dickes MG. Nee, wir können doch nicht mal unser Aussehen ändern, weil... Aber das haben sie auch geändert, das Menü. Grafisch ist geil. Du warst, hast du das gesehen, dass das aus den Menüs haben sie auch geändert im Gegensatz zur Beta hat sich etwas verändert. Was man hier jetzt dazu sagen kann, Brooklyn war normalerweise, wo wir jetzt hier sind, normalerweise haben sie gesagt, das kommt gar nicht vor in The Division. Das haben sie eigentlich rausgenommen. Aber als Schwankerl haben sie es doch wieder reingesucht. Ja, wir waren da oben. Ja, ich wollte euch noch mal kurz was zeigen. Drückt mal bitte den Dicken, also die Karte. Hallo. Den Dicken. Na gut, okay. Ich hab's verkauft. Aber du siehst ja, die Map, die ist ziemlich klein hier. Hört ihr mich? Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Hallo? Ja, ich hör dich. Weil ich gerade die ganze Zeit gesagt habe, ich habe einen Funkspruch, aber okay. Und der gehört auch zur Mission. Ja, den hatten wir schon, wo wir zur Tür rausgegangen sind. Nein, hier vorne war wieder ein Funkspruch. Ich wusste, dass ihr hier stehen bleibt. Ja, wie lange wollen wir hier noch an der Stelle stehen bleiben? Ich will nicht auf die Karte. Die Karte, was will ich denn auf die Karte? Der wollte uns seinen Dicken zeigen. Genau, den Dicken zeigen. Nein, ich schaue doch mal auf die Karte. Und da siehst du einmal, können wir da gucken, wo du da bist? Und dann haben wir noch gut neben Missionen drin. Ja, das ist aber besser gemacht. Das war aber nicht so cool wie letztes Mal. Und da haben wir dann auch Nebeneinsätze, die können wir auch machen. Das war in der Beta genauso. Das war in der Beta ganz genauso. Ich hab mir die Karte dann anscheinend nicht so angeguckt. Auf jeden Fall kriegen wir da auch Schotflinten und sowas. Hier seh ich nen Freund. Ja, das ist ein anderer Spieler, oder? Ziel erfüllt. Reicht sich auch nicht. Dann gehen. Ah, hier. Oh, da hat nirgst Krieg. Hey, der ist ein Zivilist. Er schießt auf den Fallchen. Oh, crazy. Normal. Freund oder Feind, scheißegal. Alles nötig. Okay, da ist was. Durchsuchen. Vermisste Vorratskiste geortet. Nix. Also hier. Geht für uns alle, okay. So. Ja, das ist alles noch Tutorial hier. Das ist klar. Schützender Rucksack. Können wir auch nehmen, ne? Nimm, hau rein. Hab ich. Okay, wir müssen hier rüber. Schmutziger Rucksack. So, dann ab übern Zaun. Ja, das ist alles. Was ist geil. Geil gemacht. Ey, ich meine, da kommt ja nicht rüber. Scheiße. Bist du klein. So, Achtung, vorsichtig. Ich denke mal, hier um der Ecke sind bestimmt irgendwelche. Hab ich irgendwie das Gefühl. Moment. Und Onkel, du hast recht, ne? Die Grafik ist besser. Ha, sag ich doch. So, jetzt lass uns mal das Spiel ein bisschen taktischer angehen. So wie das letzte Mal nochmal über drei rumgeruschelt sind. Achtung. Das Taxi, würde ich sagen, verstecken wir uns. Das sind wir nah dran. Ja, alle zum Taxi, oder was? Ne, ich gehe zum Taxi. Ich gehe hier in den Mittleren. Seid ihr bereit? Okay, du kannst ja mal ne Granate reinwerfen. Also, du, 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 crazy. Sag ich, Trophäe, mach die Tür auf. Äh, zu. Ich hab die Taxi zugemacht. Ja, bitte, bitte, was? Ja, was? Hau mal ne Granate rein. Aber das sind Zivilisten, oder? Ne. Hais drauf. Okay, hau drauf. Wow. Das war aber ne Panzerfaust, oder? Ja, du bist so beigeschissen. Alter, was ist jetzt? Blöde ist mit den Zielen bei den Unbefragtenarten, weil du kannst ja immer nur bestimmte Dinger anvisieren. Oh, ich bin rausgeflogen. Okay, ich komme wieder rein. Kein Problem. Oh, weil es ist da, wo es spannend wird, liebe Freunde. Ich schieße und verbinde uns auf. Hört ihr mich noch? Ja, ich höre euch. Ja, aber du bist weg. Wir hören schon. Ja, ja, ich bin rausgeflogen, ja. Fehler. Ihr konntest vorübergehend nicht verfügt. Wir bitten eventuell Unanmöglichkeiten zu entschuldigen. Bitte versuchen sie später erneut. Mike. Aha. Okay, dann hol ich mal hier dieses... Diese JTF-Dings. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Ich hab hier oben, ne? Achtung, Feinde. Was habt ihr denn wieder gegen mich? Was hab ich denn getan? Ich hab doch nur geschossen. Ich dachte, mal besser nicht das Schild genommen, ne? Ah, jetzt bin ich wieder drin. Will ich die fortsetzen? So. Wahnsinn. Gedisst und gemobbt hier von dem Game. Da. Alter. Was? So willst du dich wieder einladen oder bist du da? Ich bin noch im Verbindungsaufbau Ich war da inferi음 oder beide ihn irgendwie auf nicht Ja vielleicht komm mich gleich wieder rein Dauert halt echt lange ne Ah, da kommt was Ich will da hoch darum gibt's was für vị Ich denke bin gleich wieder da Tschüss! Okay, nehm ich das mal so hin. Sorry liebe Freunde, Spiel oder ich, ich weiß nicht woran es liegt, ich geh mal von meiner Seite aus. Mit meinem Holzmodem wieder. Du versaust es auch jedes Let's Play mit dem Holzmodem. Kann man nicht hin. Achso, wir müssen hinten hin. Ah, okay, ich glaub ich bin an der selben Stelle. Seht ihr mich noch? Da ist er auch. Ah, da seid ihr ja. Cool. Ich will auch ne Tür zu machen. Ja, liebe Freunde, es geht weiter. Hm? Ich will auch ne Tür zu machen. Na hier, hier, komm her, hier. Oder? Ich brauche Hilfe, wir sollen die Waffen wegstecken. Wie geht das denn? Wie kann man denn ne Waffe wegstecken? Das ist ne gute Frage. Den dicken reindrücken heißt ne... Alter. Winken, Hampelmann, applaudieren, Hilfe. Winken, Rußen. Ne, du kannst die Waffe nicht wegstecken. Entweder müssen sie wegstecken. Weil die sagen, du sollst du, weil, am Anfang haben sie gesagt, du sollst du, weil wegstecken. Aber die haben Angst. So, lass ich mal reingehen in die Garage. Oh, der Warnow, komm. Ja, ich guck grad, wie ich die Waffe wegstecken kann. Ach komm, ey. Ich will nicht so. Na komm. Ich bin da. Oh, die Grafik ist so geil. Ehe wieder ne Zwischensequenz kommt und ich hab's wieder bloß alleine. Oh, hier ist irgendwas versteckt. Ja. Oh, ne Wester. Ich will auch. Ah, es kann immer nur einer dran. Ich hoffe, das ändern die. Wieso? Ich kann immer nur einer dran. Ich bin jetzt auch. Ich bin jetzt irgendwie auch, aber hab irgendwie nix gekriegt. Ich hab zwei der... Ja, wie schön ist. Ich hab wieder ein Bug. Oh, das war gut. Ich hab wieder nix gekriegt. Ich hab hier noch nen Rucksack. Oh man. Ah, hier gibt's neue Knarren, aber... So, ich markier das Ding hier mal. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Okay. Gute Arbeit Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Oh, ich hab nen Rucksack gekriegt, glaub ich. Oh, ich hab nen Rucksack gekriegt, glaub ich. Muss ich hier mal gucken. Oh, ich hab nen Rucksack gekriegt, glaub ich. 31 Credits und 1500 Erfahrungspunkte. Hm. Ich glaub ich hab nen Rucksack gekriegt. Glaub ich. Okay. Jetzt haben wir die erste Mission sozusagen erfüllt. Ne, ne Weste. Ich werd mal ne neue reinhauen. Ich würd sagen, wir machen erstmal ne Nebenmission, oder? Ja, auf jeden. Jojo. Mach mal die Karte bitte. Zeig uns mal bitte welche, weil da können wir nämlich gucken, was... Das siehst du, das siehst du doch. Wenn ich so markiere, siehst du sie. Ah, cool. Nebeneinsatz, ja. Neun Rucksack hab ich gekriegt und die neue Rüstung. Kann so kommen. Was mit der Schrotflinte hast du genommen, ne? Was? Herr Gruppenführer. Du hast das mit der Schrotflintenbelohnung anvisiert. Ja, Gruppen... Du siehst es doch, ey. Was ich markiere, siehst du. Ja, ja, sag ich doch. Und das ist das mit der Schrotflinte. Aber da oben steht's doch. Brooklyn wiederherstellen, Zivilisten ritten. Klingt bei mir. Ja, guter Stil. Ja, ja, das ist die Mission. Und wenn du jetzt auf die Karte guckst und dann kannst du gucken, welches er markiert hat, da steht dann noch was für eine Belohnung wir kriegen. Da können wir halt auch Sachen noch extra machen, wenn wir irgendwas spezielles grad mal brauchen. Okay. So, ich versuch jetzt mal zu den Zivilisten zu quatschen. Äh, zu... Ne, kannst du nicht. Das ist nur bei bestimmten. Meistens nur die, die krank sind. Nicht... Ah. Die, die krank sind, das siehst du dann aber auch. Die Beda hast du aber schon gespielt, oder? Ja, ist schon lange her. Ich weiß nicht mehr genau. Ne, so lange ist es auch wieder nicht her. Ah, ich hab schon vergessen, bei den 1000 Games dich zockt. Hab ich schon vergessen, was alles so gewesen ist. Ah, da, da hinten. Der, guck mal, die braucht bestimmt Hilfe, die Frau. Ja, dazu musst du aber auch was haben, was du ergeben kannst, wenn du ihn nicht hast. Ja, du kannst dir das Leben nehmen. Dann kannst du dir was geben, paar Kugeln. Wenn du nix hast, kannst du dir ja auch nix geben, weil du hast ja noch nix. Klettern kann ich aber noch. Guck, das hab ich nicht vergessen. Und Saltos mit X. Macht mal X. Nur damit ihr schon mal Übungen habt. Ausweichen mit Saltos, genau. Ja, das ist ganz wichtig im Kampf. Ja, ja. Brauch ich nicht. Ich versteh mich lieber an einer Ecke. Ach, aber hier ist ein Dings. Hier ist was zum Looten. Was? Wo? Na hier. Da. Hier, hier irgendwo, ne? Ja, tatsächlich. Ach, hier die, die... Ne, das ist nur ne Aufüllkiste. Aufüllkiste, ja. Ach so. Na, ja. Das Kuriose ist, da ist gar nichts drin, wenn man die aufmacht, ne? Hast mal reingeguckt? Ne. Okay, pass auf. Die wird imaginär gefüllt. Was haben wir verstecken? Geil, du kannst den Leuten echt Angst machen, wenn du mit Waffe gehörst. Ja, wenn du es anvisierst, also ich glaub, du warst auch ein Paul. Ja, ja. Pass auf, ich schwert mal kurz den Scan durch. Hallo, hört mir mal zu. Ich schwert mal kurz den Scan durch. Ja, mach, 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 mach einen Scan, genau. Okay, keine Feinde. Ich dachte, die sind Feinde, deswegen. Bleiben wir auch wieder. Sah so aus. Das ist cool mit dem Scan. Mein Ziel, den Tunnel retten. Äh, Beitritt. Oh, die Welt ist geil, ey. Den Tunnel retten. Den Tunnel retten. Den Tunnel retten. Wir müssen hier runter, oder? Ja, hier rein müssen wir. Ne, wir müssen hier, oder? Wo ich bin? Stopp, komm zurück. Was? Stopp. Ja, ich hab Stopp gemacht. Hier hinten. Rivanu ist so ein Blödel, lass ich mir auch noch hinterher. Ja, immer hinterher, du weißt ja wie das läuft, ne? Ach, wir müssen ins Loch rein. Ja. In der Loch, dann. Oh, drück in den Hebel. Beim Dicken. So, wir müssen jetzt den Tunnel befreien, okay. Hast du noch ein Scan? Ähm, ja, hab ich noch. Das ist schon ein Riesenrang dauernd, ne? Aber zur Zeit ist hier sowieso nichts. Naja, lohnt sich noch nicht. Boah, ist das episch, sieht das aus. Man kann auch natürlich sich angucken. Alter U-Bahn-Tunnel ist das, ne? Warte mal, ich lass mal Scandorch. Warte mal, ich lass mal Scandorch. Warte mal, ihr um die Ecke gehst? Okay, geh, aber um die Ecke. Ne, hier ist, noch ist hier nichts. Das kannst du nicht. Die Staffachance erhöht sich auch, wenn du Scandorch. Jep. Warum rennst du eigentlich immer Crazy hinterher? Ich versteh das nicht. Da läuft immer falsch. Egal. Es ist mir egal, ob links oder rechts rum. Das war jetzt, das war gar nicht beabsichtig. Ich renne die jetzt hinterher, okay? Ne, ich meine, das ist Crazys Krankheit. Da läuft immer falsch erst mal. Gar nicht! Es ist ja egal, ob links oder rechts rum. Das ist ja scheißegal. Okay, ihr wisst gescheit, nicht mehr Crazy hinterherlaufen. Ja, ihr seid fein. Er macht's aber trotzdem nicht. Oh, das sind welche. Ich lauf rechts rum, er macht's auch. Warte mal, ich ne Granate werfen? Ja, bitte. Warte, nein, stopp, dass ich geiseln! Ach so, okay. Oh, was mach ich, freie Tasse? Scheiße, die Geiseln, das scheiße. Ich schieße mir nochmal Granaten. Ach, mit Dreieck, ne? Wie war das? Ne, ne, du musst einfach, ähm. Wie war denn das? Diese Pfeiltasten. Ne, da musst du einmal, einmal nach links und dann hast du da eine Granate. Alles klar. Oh, die, die Waffen sind aber gut daneben am Flattern. Verziehen oder? Ja, ich hab mein Schild, Baby. Ach du, Granate? Schön auf die Fresse. Was heißt das, dieses Ziel, wenn die gelben Dinger im Kopf haben, ergeben die sich? Die Granate kam ein bisschen spät. Okay, haben wir denn noch eine Geisse gerettet? Ja, ich weiß die Granate in dem Moment, das ist umgefallen. Oh, warte mal, ich hab hier was dickes. Ich hab hier auch was. Ach ne, das ist tollen Holz da. Ne, das ist der Eingang nach unten, deswegen. Ich hab ne neue Rüstung bekommen. Oh. Ja. Ja, hatte ich vorhin auch. Und ich hab gerade noch was bekommen. Achso, ne. Ich hab hier schon meinen Highend Rucksack, ich hab hier schon einen besseren wie ihr. Highend Rucksack? Alter, wovon redet ihr? Ne, er hat bei Ubisoft im Club. Achso. Ne, nein, 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 nein. Den brauchst du jetzt gar nicht so holen. Ich hab auch was gefunden. Ein schützenden Panzer, aber ich dachte, da verändert sich das Aussehen. Ne, das Aussehen verändert sich hinten bei Aussehen. Panzer, weißt du, Panzerung, weißt du, Weste, das ist das, was du unten drunter hast. Warte mal, hier ist irgendwas gelbes. Was ist denn das? Achso, nur bei Aussehen, okay. Das gelbe mit dem Pfeil nach unten ist der Überneingang. Das war der Goliven. Genau. Da. 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 Da hab ich gar nichts. Win wo? Ne Warnung. Moment. Ah, okay. Da muss ich mal später gucken, dann können wir uns so ne andere Jacke ansehen und so. Aber ich hab jetzt eine 12er Rüstung und vorher hatte ich vier. Das ist echt schon ne Besteigung. Ja, ich hab auch ne 12er gekriegt. Korrekt. Okay, hier, öffne mal. Boah, das sieht alles so episch aus hier. Du kannst in ihrer Decken gehen. Dauern. Jetzt was. Baut das in Kiste. Oh, ne, 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 ne. Naja vorher Stufe 2 erreicht Ich bin Level 2 Ähm, Moment, wie war denn das? Achso, alle Splindern, genau Oh, ich hab ne neue Waffe sogar Schrotflinder Hab ich nix gekriegt? Ich hab irgendwas gekriegt Ja, war der Onkel alles schon raus, ne? Kriegen wir da nicht alle Splindern? Nein, jeder kriegt doch was an da Ich hab ne Waffe gekriegt, hab ne Wummel gekriegt Ich hab auch ne Schrotflinder Ja, nehm ich Doch, ich hab tatsächlich was gekriegt Ich hab keinen zweiten Waffeslot, wie lustig ist das denn? Ich hab schon, ich hab Ne, den hast du noch nicht Ich hab schon wieder einen neuen Rucksack Jetzt hab ich schon drei Rucksäcke einstecken Neue Schuhe Äh, Handschuhe Sind auch Schuhe Schuhe Also ich hab ne neue Knarre Oh, hier ist noch ein, warte, ich wills Das ist glaube ich sowas, was wir wieder bekommen Ich kann meine Waffe schon finden Hier hinten liegt ein Midi Komm Äh, Moment Ich will mal hier das noch weniger raus Aber ich bin voll Wir sollten gehen Hier hinten, ja, das siehst du doch Durch die Wende siehst du uns doch Geh mal den Gruppenführer nach Ja cool, geile Mission Ne, das Midi-Pack kann ich nicht nehmen Ne, ist voll Das kann immer nur einer, ne So, dann nehmen wir mal die nächste Mission Und zwar ist das dann diese hier Ich schau mir mal an, welche du markierst Brüggling Diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen Vermutlich, um sie zu verkaufen Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen Versuchen Sie die Kiste zu bergen Morphine, alles klar, dann holen wir uns mal ein paar Morphine Bleiben, oder? Ne, oder? Stimmt schön La 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 Detektor irgendwie gar keinen Weg an gerade Detektor, wir müssen hier hoch und dann wieder raus Ach, hier, alles klar Ja, taktisch clever mit Jump in One Hier ist auch wieder Feinde? In die Kiste Äh, ne Maske Oh, ich hab mir Lebensenergie verloren, weil ich da runtergefallen bin Ja Ich drücke immer mal die falsche Tast Jetzt geht schon wieder gut los. Schau für einen Gegenstand her Was hab ich jetzt Oh, Stufe三, kann ich kommen nehmen Ich habe Ne, ne, neue Atemschutzmaske Ich hoffe sie Okay, schau mal ins H fluorescoun dynamically Ne. Ahke keine Feindekokal Stufe drei Holzer, muss ich auch noch 該 ne aufsteigen, ok Ich probiere jetzt über den Rundflind og mar, mal gucken ich mache es auf jeden fall guter ich weiß nicht bei dem spiel mit schrubflinte das funktioniert was sehr effektiv ist muss ich sagen weil ich bei der beta ausgedestet ist sniper ein paar richtig geil kann ich mir vorstellen ich bin ja eigentlich ein sniper ja aber hier ging gut ab was wir werden und du hast die Pumkaner und was hast du für eine Waffe das hat auch die Pumkaner ich habe nur es aus Maschinengewehr bekommen Polizeigewerr Polizeistumengewehr oder so hieß das Mensch gibt es der Volk der muss können jetzt kann ich was können der Kassel nur alle weil ich für die Sekunde eine Minute oder so die Welt wird ja noch größer ne Moment ich scanne mal durch ich gehe mal zu dem Jeep ich gehe hinter dem du gehst auch da ok machst du mal eine Granate auf die Kiste bitte also crazy oder Haftgranate kann auch eine Granate werden Haftgranate ja auf die Kiste dort wo die 2 davor sind die Kiste nicht so jetzt schnell geile oder die Schrift bitte geht ab gut aber eben nicht auf Distanz Geil Neutraining Neutraining Wow die Alarmel Neutraining an Erschütterung Neutraining ich habe ihn ich habe jetzt nichts gekriegt Warte ist es ist es ist ganz ne ach so kann man na dann scannen wir mir ist wurscht kannst du eigentlich auch mal scannen ach so wir sind hier Vorräte zur Abholung markiert JTF informiert ach so aaaah jetzt müssen wir verteidigen achte wir nähern uns jetzt ihrer Position setzt euch wir sind nämlich gerade an die Dark Zone aber absolut ne ich lass mal scanne durch weil ich nicht wissen wie die sind ich bin näher an sich ach von hier von rechts uuuuuh boah die Waffe ist geil Achtung du bist wieder in meinem Schussgebiet aber ist egal Alter wie schrot bist du immer Hammer geil alter ich kriege mal die falsche Tafte eigentlich ne kacken boah schönes Ding Sogar auf Distanz getroffen also was ist das denn und drauf da humpelt einer jawoll ba bäm Granaten sind echt geil oh es kommt noch mehr wow wow schön Alter ist das geil alter ich würd auch nicht so weit von dem weg gehen weil wir müssen das ja schützen hier ne aber hier ist viel Loot naja das kann man das geht ja nicht weg Schutzpanzer wow 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 jawoll so ist es vorbei oder ne eine Minute noch Achtung hinter uns vorbei das sind unsere Verbündeten vor Ort und kampfbereit Alter jetzt jetzt mach ich nicht los hier Alter irgendwas trifft mich aber ich seh nix weil die sind überall die Schweinebuckel ah hier komm leid noch halt hört sich an als hätte einer nen Böller losgeschickt m scheiße wo rennt er denn hin er ist der total verwirrt jawoll erschossen sicher ich schieße die ganze Zeit auf den Typen geballert die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten oh wir haben eine neue Maske bekommen ich soe ich hab mal gott wo ich alles bekommen habe ich hab nämlich einiges bekommen 5-3 Gegenstände oh ich hab's bekommen neue Waffe ich hab's hier Loot aber irgendwie ist hier doch kein Loot ja hier hinten ganz viel ach die die grauen Dinger den muss man nur einmal mitfieh ich hab hier so einige graue aber irgendwie hier manchmal sind die so versteckt dann siehst die gar nicht oh ich hab ja na die müssen ein bisschen andere Farbe kriegen hier deine neue Panzerung Handschuhe Stufe 7 noch Stufe 3 so was hab ich jetzt gekriegt und hier so ne Maske oh die ist aber schlechter Schnellwechselmagazin geil die ist aber schlechter die Maske die ich bekommen hab so wieder neuer Panzer ach nee der ist schlechter das bin ich Level 12 hier Atemschutzmaske Level 8 kann ich nicht kann ich nicht brauchst du für 3 Jo liebe Freunde macht ich fertig oder soll ich ok dann würde ich sagen beenden wir jetzt hier erst von dem Part denn wir haben jetzt äh die ganzen Nebenmissionen haben wir jetzt hier erst mal erfüllt und ja auf jeden Fall saugeil wir müssen natürlich erst mal wieder reinkommen ist klar Crazy du könntest dich mal heilen deine Energie sieht scheiße aus und ja dann würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder 15 Uhr City Vision mit Rivano Crazy Freak und mir dem Onkel also bis dahin Ciao 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 Ciao